ja hallo leute herzlich willkommen zurück zu let's play alien isolation wir sind hier auf der servastopol im flughafenbereich im transit bereich in den nächsten mal haben gerade noch die servastopol gesehen nach die servastopol wir sind auf der servastopol die tors gesehen durch die fenster die mittlerweile zu sind muss man hier auf start drücken so und jetzt gucken wir mal wie wir weiter kommen unsere aufgabe ist es diese mastopo nein hier die torrens zu kontaktieren kein mensch hier was hat er hier kein strom strom wieder herstellen keine taschenlampe aber wir kriegen bestimmt unsere taschenlampe da können wir speichern was haben wir hier leuchtfackel schaffel packs oder ist es zum speichern eines strom einschalten power level 2 und power level 3 da hallo die gründer der siegsen corporation benannten josiah 6 weepen in denen die auf der station lebenden arbeiter und familien untergebracht sind und in deren führungslogen reisende geschäftsleute unterkommen so gespeichert ist so da gibt es probleme mit dem laden alle abflüge gestrichen ich glaube ich werde die dinge doch vorlesen wenn das nicht gerade 18 seiten zu lesen sind schacht öffnen möchte ich durch den schacht müssen wir durch den schacht holen nach mehreren nachfragen hat marshall waits endlich ein öffentliches meeting einberufen um die auf sowas zu pol kursierenden gerüchte anzusprechen anstelle jedoch die erbetenen antworten zu geben war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen minuten wurden er und sein team von der wütenden menge mit gegenständen beworfen ein schuss fiel panik brach aus und jetzt schmeißen uns und der rest seines teams mit gewalt aus dem terminal wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein was sind das hier spielautomaten ja klar jump forward ich will spielen schade okay dann müssen wir wohl da durch den schacht schade 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 spex schade schade Was ist hier los? Was ist hier los? Wo komme ich denn hier weiter? Andere Seite? Kann man wirklich nicht springen? Ich muss doch hier von lang kommen, oder? Hm. Jetzt bin ich gerade durch. Hier wird es übersehen. Eigentlich doch nicht, oder? Ich muss mal kurz gucken. Spähen. Taschenlampe, da haben wir so. Hm. Wenn die dunkeln feuern. Also springen sie hier wirklich nicht. Hm. Ich bin doof. Da muss es doch weiter gehen. Moment, kann ich hier rein? Aha. Ich bin da. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Ich bin da. Ich bin da gleich ein Sack. Ah, das ist die Gepäckausgabe. Plasma-Schneider benötigt. Kann man nicht durch. Da ist aber grün. Ich bin da mal Strom einschalten. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Bis dahin. Das sollte irgendwo was versteckt sein, oder? Boah, ist das hier dunkel. Oh shit. Die Wunschneider benötigt. Ist man da irgendwas nehmen? Plasmaschneider. Super Ionenschneider, Plasmaschneider. Beides nicht. Das heißt, wir sind hier immer eine Legende. Einmal gucken. X gesperrt. Ist das hier der gleiche Gang? Ja, was ist das? Wartungshäbel benötigt. Ausrufezeichen. Von Interesse. Ja, von Interesse. Schön. Jetzt hier auch irgendwie Strom eingeschaltet. Ja, ja. Erschrocken. Das ist da vorne, muss der Ausgang sein. Äh. Ja. 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 wir können uns also schon verstecken ich musste mich wieder mit diesem verdammten sovkopf umschlagen diesmal hat er mit dem wartungsheber fast die ganze tür demodiert nicht wahrscheinlich sicher hier will ich einschließen idiot dann genug anderes zu tun als ihr babysitter für alkies zu spielen also habe ich ihnen da was erwarten kann eingesperrt kann der misker sein raus schlafen Okay. Das sieht aus wie die Asservatenkammer. Da ist so ein Wartungs... Da muss ich hin. Aber hier will ich doch gar nicht nach oben. Den will ich doch nicht. Doch, will ich doch. Ich will eine Beschwerde anreichen. Bei der höchsten Instanz. Da wird... Abgesperrt. Wie... So, um jemanden rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist... Es ist kalt. Ich glaub das Scheißteil funktioniert nicht mal. Ich kann das glaub ich besser gebrauchen. Ich hab das Gefühl. Aber du kannst hier sein. Aber... So schnell, dass du ihn mit dem Auto schlägst. Dass du siehst. Und dann war das Ding. Aber du hast dich halt lieber zu sehen. Sonst gibt's nichts von Interesse. Achso, jetzt können wir uns hier wieder... Das war's. Ich habe noch das Gefühl, als wenn ich mich gleich verstecken müsste. Ich habe noch das Gefühl, als wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Geile Tastatur. Cool. Schon spannend. Jetzt haben wir uns neue Wege eröffnet. Ich würde gerne da hinten nochmal gucken. Aber da haben wir, glaube ich, auch noch so eine Tür, die wir ungefähr so Kralle aufgekriegt haben. Vorher wir den Hauptweg gehen. Da. Ups. Ups. Ich werde das mal schnell olursen. Ups. Ups. das war es da liegt noch Schrott und noch mal Schrott Taschenlampenbatterie in der Packung sogar noch drin sehr gut so war hier noch was die sind zu mit so einem Schweißteil irgendwie ne da kann man so nicht durch das heißt wir gehen jetzt zu dieser Haupttür ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden hat eine Weile gedauert aber jetzt ist sie aus ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen kommen sie zu mir wenn sie ihre ausgeschaltet haben dann können wir endlich abbauen verdammte Scheiße ich höre überall Geräusche so und damit sind wir auch schon wieder durch für diese Folge ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und ja dann sehen wir uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Let's Play Alien Isolation also bis dann Tschüss